Das Enrichment Center achtet auf das Wohlbefinden aller Teilnehmer. Kuchen- und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Danke, dass wir Ihnen helfen durften, uns zu helfen. Danke, dass wir Ihnen helfen durften, uns zu helfen. Ah ja. Zur eigenen Sicherheit zerstören Sie keine Testapparate. Und, hey. Ähm. Manche Objekte sind wichtig für Ihren Erfolg. Zerstören Sie keine Testapparate. Glaub mir, Süße. Oder Süße ist ja falsch bei so einem Computer. Das Ding ist nicht wichtig für meinen Erfolg. Ähm. Okay. Das ist allerdings jetzt nicht uninteressant. Und das war jetzt riskant, weil ich wusste nicht mehr, wo das Portal ist. Da müsste es hin. Da müsste es hin. Da müsste es hin. Da müsste es hin. Ähm. Ähm. Ja, das ist mir klar. Womit schalte ich denn das Energiefeld ab? Das ist mir jetzt nicht klar. Moment. War hier ein Schalter? Nö. Nicht wirklich. Da ist noch eine Kamera. So. Wichtiger Testarber hat zerstört. Tja. Also. So. Was war das? Wo ist denn das jetzt gegengeprallt? Alter. Alter. Also nochmal. Hopp. Mach mal so. Jetzt so. Schön doof. Äh. Komm. Geh durch. Zu langsam. Oder auch nicht. Zack. Glaubt doch. Oh. Du könntest ein bisschen schneller fahren. Huppi. So. Es ist aber noch nicht geschafft, so wie es aussieht. Hier kommt auch noch was. Und wir müssen wieder diesen machen. Was ist hier? Eine Kamera. Wichtiger Testapparat zerstört. So. Ist das hier jetzt zum Schwungholen gedacht? Na gut. Ah. Okay. Okay. Alles klar. Bisschen. Bisschen mehr Schwung ist. So ist auf jeden Fall zum Schwungholen gedacht. Wenn man nicht so dämlich wäre. Wobei das. Ganz klar. Auch eine Sache ist. Ähm. Die geht schon mal ganz gerne schief. Weil. Ne. Ähm. Weil. Man ja die Flugbarren mit berechnen muss. Und ich jetzt irgendwie das Problem habe. Ich weiß nicht was das soll. mal. So. So ist die Maus empfindlicher. Da. Ne. An die falsche Stelle geschossen. Weil ich bin da gelandet. Anstatt da. So etwas muss man mitbedenken. Was nicht immer so ganz einfach ist. Mann. Hier ist aber... Ey, das gibt's nicht. Hahaha. Äh. Alter Schwede. Mann. Jetzt aber. Ne, das war jetzt nur zum zeigen, wie man es nicht macht. Wenn es jetzt geklappt hätte. Das ist aber irgendwie mit der Maus immer noch nicht richtig. Auch wenn die jetzt empfindlicher ist. Ähm. Bin ich jetzt daneben gesprungen? Jetzt habe ich es an die richtige Stelle ungefähr gesetzt und bin da knapp daneben gesprungen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alter. Jetzt hatte ich viel zu viel Schwung. Das ist... Tatsächlich, jetzt habe ich zu viel Schwung. Wie mache ich das denn? Alter. Mann, 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 Mann. Das war jetzt wohl die Schwierigkeit des Geschichtes. Dass man da eventuell zu viel Schwung hat. Was kommt hier? Ach, hier sind schon Pellets unterwegs. Man sieht sie nur schlecht. Ah, okay. Du sollst... Da rein. Ja, okay. Und ich soll... ... ... ... ... ... Das war wohl jetzt doch nicht ganz so einfach. So geht's zurück. Ich bin schon dämlich. So müsste es sein. Zum... Oder auch nicht. Warum ist denn wir jetzt in so einem Winkel da rausgekommen? Moment. Ach so. Ja, 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 ja. Das ist schon richtig. Ähm, das ist schon richtig. Das war jetzt allerdings komisch. Es müsste doch genau so. Ähm. Ja. Ne, so wäre es doch richtig. War doch von Anfang an richtig. Ich muss nur die Portale löschen, nicht. Voll raus. So. Jetzt muss ich wieder zurück. Das wird allerdings wesentlich interessanter. Weil... Ah, ne, doch, da oben geht's doch. Ich wollte gerade sagen. Äh, lopp. Oh, hopp. Habt ihr gemerkt? Habt ihr gemerkt, woran es lag? So, jetzt. Da war nämlich wieder mein Mauspad am Spinnen. Beziehungsweise zu Ende. Komm. 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 Oh. Das ist aber gemein. Ach so. Ich erinnere mich. Ach so. Ich erinnere mich. Das hat leider nicht geklappt. Lag aber glaube ich daran, dass ich mir ein Dassel gestoßen habe. Dann halt nicht. Dann mach ich es da. So. Haha. Bin ich jetzt wieder zurückgegangen? Ne, ne? Tatsächlich. Ich bin so ein Horst. Das erste können wir ja hier. So. 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 Ähm. Erst mal dichter von der Worte. Wichtiger Testapparat zerstört. Ja. Wichtiger Testapparat zerstört. Richtig. Ähm. Fährst du mich hoch? Ja, du fährst mich hoch. Die sind so langsam. Hier ist eine 2 dran. Okay. Das würde also bedeuten, dass ich da hinten zuerst hinfasse. Genau. Hier ist eine 1 dran. Was aber machen sie überhaupt? Mal hier drücken. Und hier drücken. War beides in der Zeit. Aber. Ah. Dann geht da auf. Ah. Okay. Das heißt. Hier drücken. Hier drücken. War da jetzt ein Pellet durchgeflogen? Wo ist denn das Pellet? Ach. Hier hinter mir. Oh Mann. Das ist allerdings ein bisschen gemein. Alter. Was soll der scheiße? Dann halt so. Ist ja nicht so, als wäre man nicht erfindungsreich. Pämms. Wissen Sie, dass Sie die Mädchen-Selbstwertfonds von Aperture Science eines oder alle ihre Organe schmecken können? Ganz recht. Kann ich das? So. Wenn du das sagst. Frisiert mal eure Aufzüge hier. Mann, oh Mann. 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 Vielen Dank.